Willkommen zum Video vom Automagazin TuningBlog, das sich heute mit einem spannenden Thema der Automobilindustrie beschäftigt, dem automatisierten Fahren von Neufahrzeugen auf dem Werksgelände bei der BMW Group. Die Technologie ist nicht nur zukunftsweisend, sondern hat bereits den Sprung vom Pilotprojekt in den Serienbetrieb geschafft und setzt neue Maßstäbe in der Automatisierung und Digitalisierung der Produktionsprozesse. Seit 2022 testet die BMW Group diese Innovation in ihrem Werk in Dingolfing, dem größten europäischen Produktionsstandort des Unternehmens. Nun wurde das Projekt nach der erfolgreichen CE-Zertifizierung offiziell in den Produktionsalltag integriert. Neben Dingolfing zieht nun auch Leipzig nach, wo die Technologie im Serienbetrieb genutzt wird. Weitere Werke, darunter Regensburg, Oxford und der neue Standort in Debrez in Ungarn, sollen folgen. In Leipzig sollen künftig rund 90 Prozent der dort gefertigten BMW und Mini-Modelle automatisiert über das Werksgelände bewegt werden. Das Besondere an diesem System ist die Kombination modernster Sensorik und einer ausgeklügelten Cloud-Architektur. In Dingolfing beispielsweise fahren Neufahrzeuge fahrerlos über eine Strecke von mehr als einem Kilometer, von den Montagehallen bis zum Finish-Bereich. Hierbei kommt die größte LIDAR-Infrastruktur Europas zum Einsatz, unterstützt durch ein extern generiertes Umfeldmodell und einen Bewegungsplaner. Interessanterweise stammt ein Teil der Technologie von der jungen Schweizer Firma Embotec AG, mit der BMW über die Start-up-Garage kooperiert. Diese neue Technologie verspricht erhebliche Effizienzgewinne in der Logistik. Wie Produktionsvorstand Milan Nedelkovic betont, wird die BMW Group diese Fortschritte zügig im gesamten Produktionsnetzwerk ausrollen. Perspektivisch ist sogar geplant, das System auf andere Bereiche wie die Prüfzone oder Distributionsflächen auszuweiten. Ein weiterer Fokus liegt darauf, die Onboard-Technik der Fahrzeuge so weiterzuentwickeln, dass sie die externe Sensorik langfristig ergänzt. Die BMW Group zeigt eindrucksvoll, wie moderne Technologie nicht nur Produktionsprozesse optimiert, sondern auch den Weg für autonomes Fahren ebnet. In den nächsten zehn Jahren sollen allein im Produktionsnetzwerk mehrere Millionen Testkilometer mit automatisierten Fahrzeugen zurückgelegt werden. Damit bleibt BMW Vorreiter in der Automatisierung und Digitalisierung der Automobilfertigung. Waren die Infos zum automatisierten Fahren im Werksumfeld der BMW Group informativ? Dann lass bitte ein Abo da! Auf! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020